Ich möchte hier heute die Gelegenheit wahrnehmen, zum Erntestaat 2017 mich persönlich bei allen Kunden, Mitarbeitern, Familienmitgliedern und allen, die in irgendeiner Weise mit unserem Betrieb zu tun haben, für das entgegengebrachte Vertrauen, welches sich im Laufe der Jahre zu einem freundschaftlichen Verhältnis entwickelt hat, recht herzlich bedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020